Hey mein Freund, ich hoffe, dass es ein schöner Tag wird von dir und ich wünsche dir wieder einen schönen Abend. Und mir fällt dazu bei, dass ich von dir einmal mit den Freunden auch reden, was an meinen Sieg sein, was an meinen Motto sprechen, was an meinen Städten tun. Nicht nur mit meinen Jänen reden, aber mit anderen, mit dem ich auch reden. Und mit dem Jänen, mit anderen reden. Ich will vielmehr dankeschön sein, für all die, was für mich beten. Und ich kann nicht dankeschön sein, für die, was für mich beten nicht Ehren bauen. Ich kann bloß vom Garten dankeschön sein, für die, was so beten, als Jesus beten wird. Was Jesus sehen, warum, wird passieren. Und, äh, wenn mein Motto sprechen, und so eine Dinge ist dort, vier Monate aussehen. Ich kann nicht sehen, dass ich nicht sehen in der Fähr. Ich weiß nicht, dass ich warte. Und wenn ich das vom Garten daun, abrichte ich beiden. Ohne Zwiebeln, sind ich, dass ich nicht sehen in der Fähr. Ich bin noch einmal für vier Monate angeschön. Und ich bin gut geboten. Ich bleibe anhalt. Und ich bin gut fertig. Gleich bloß für mich. Für alle, was schwere Tiden durchgekommen. Ich bin gut geboten, und ich bin gut geboten, die wir ernstlich für die Beden sind. Was Gott sich in Wäuermacht kann, das passiert. Und, äh. Und wieder wünsche ich Ihnen Gottes Ehre und warum möchte ich verweich kommen.